Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIV. Wir sind beim letzten Mal hier auf dem wunderbaren Markt stehen geblieben. Und nun will ich hier mal mit den Leuten weiter reden. Oh, und er hat hier auch was für uns. Du könntest mir einer wichtigen Angelegenheit helfen. Ich möchte, dass du eine Studie über die Warenpreise auf der Handelsstraße einfertigst. Nein, so schwer ist das nicht. Du musst dich nur als Kunde ausgeben in bestimmten Läden nach den Preisen von bestimmten Warenfragen. Deine Ergebnisse auf einer lässt du zusammenstellen. Den Händler, den ich überprüfen möchte, sind Eiserner Donner, Kyo-Yokyo-Hun und Snail. Tag den Preis in dieses Formular ein und bring es zu Basing auf der westlichen Handelsstraße. So, beim letzten Mal hatten wir ja schon angefangen, ein paar kleine Nebenquests zu machen. Ein bisschen was für Hauptquests zu machen, dann müssen wir nur noch zur Marodeur-Gilde. Und ja. Dann den Rest können wir dann einfach so hier erledigen. Und ja. Das ist gerade so der... Ne? Der, der... Der Lauf der Dinge. So, Eiserner Donner. Willkommen in meinem Laden. Ich führe nur Qualitätswaren aus dem Hause Naldik und Vimeli. Alles von Kenaga neu. Keine Gebrauchtwaren. Die hohe Qualität hat ihren Preis, aber bei Rüstung sollte man nichts sparen. Werden wir schon, dass sein Helm im entscheidenden Augenblick in tausend Teile zerbricht. Okay. So, wir sehen hier auf jeden Fall schon viele verschiedene, unterschiedliche Klassen. Und ich finde es einfach mega cool. Ich liebe dieses Spiel. Du hast Zugang zum Eteriten-Netz. Indem du einen Stadt-Eterit berührst, kannst du dich frei zu anderen Punkten der Eteriten-Netzwerkes der Stadt bewegen. Durch das Harmonisieren mit dem Stadt-Eteriten hast du Zugang zum Eteriten-Netz des Stadtstaats erhalten. Über das Eteriten-Netz kannst du dich schnell innerhalb einer Stadt bewegen. Kyokyu. Reinspaziert. Äh, Kyokyu. Kyokyu. Heißt dich willkommen. Alles gute Fahrer hier. Alles gut. Sieh dir alles an, bitte sehr. Einen schönen guten Tag, bist du neu hier? Ich würde dir gerne einen Vorzugspreis geben, aber ich muss mich streng an die marktüblichen Preise halten, damit alles seine Ordnung hat. Wohin suchst du denn? Hallo? Du bist die Hilfskraft, die die verdeckten Preiserhebungen durchgeführt hat. Dann zeig mal deine Preisstudie. Oh. Deine Stühle zuvor haben wir keinen Preiskampf zu befürchten. Die Preise liegen im Rahmen üblicher Marktschwankungen in Saison bereinigt stabil. Wir behalten die Preise auch deswegen im Auge, weil verdächtig günstige Angebote auf nicht sanktionierte Piratbots schließen lassen. Illegale Piratrie können wir nicht zulassen. Okay. Aber wir haben dir das Ding trotzdem abgeschlossen. So, ich weiß, dass hier hinten noch ein Ätherit ist. Und da würde ich mich gerne einmal harmonisieren noch. Der Planfix Lauschlieb kommt also nicht persönlich. Ohne eine Warenaufrüstung sind wir gezwungen, ihm den Handel innerhalb der Stadtgans zu untersagen. Lass ihm eine an. Das ist ja die Warenaufrüstung. Gerade zur rechten Zeit. Sehr ordentlich. Der gute Herr Planfix Lauschlieb. Wenn er doch nur seine Angst vor der Zollbehörde überwinden könnte. Dieses Formular muss er nämlich jeden Monat einreichen. Würdest du ihn etwas ausrichten? Solange man nur seine Formulare einreicht, ist jeder Händler, egal wo er herkommt, in dem Salomünze. Herzlich Willkommen. So. Ich werde ihm nochmal schnell den Boden pflücken. Dann hat mein Freund nachher noch was zu tun. So. Was hast du denn hier noch für eine Aufgabe? Wir haben Fahnden vor zur Zollverhandlung. Okay. Die Malevaner Zollbehörde kontrolliert die Waren, die von Händlern eingeführt werden. Und setzt fest, wie viel Zoll dafür fällig ist. Aber viele Händler sind mit den Zahlungen im Verzug. Deswegen bitte ich dich, Suntimal auf dem Oktanten und Latisha im Restaurant Bismarck, die das Schuldnerliste zu überbringen. Wenn du uns Suntimal die Liste angezeigt hast, würde ich dir den Weg zum Assault Bismarck erklären. Na dann. Okay. Cool. Und wir haben natürlich mal wieder die Katze vergessen. Das wird ein bisschen dauern, bis ich mich an die Katze gewöhnt habe. Achso, das ist das Kostüm. Okay. So. Ich weiß, da hinten ist auf jeden Fall noch was. Gehen aber erstmal in diese Richtung. Ah, und da ist er auch schon. Oh, hat Patia die Liste von Plantwix genommen? Große Dank. Plantwix kann ganz frei Schrift machen. In ganzer Stadt? Planschreiber auf Liste ist besser als Bestechen Geld. Schnell weg vergessen. Was für Plantwix? Taya, du ist gute Frau. Plantwix ist leicht herz. Willst du gleich faires Schrift machen? Aber vorst. Zuerst will Plantwix Grasse schenken. Die Klimbim. Große Dank. Ja, die Klimbim. Eine Mitteilung von der Malevaner Zollbehörde. Ah, verstehe. Gut. Wenn ich einen der Herrschaften auf der Liste sehe, sage ich Bescheid. Wohin bringst du die Liste denn noch? Miss Bismarck? Das ist doch ein Restaurant. Zugegeben. Es ist der Treffpunkt der einflussreichsten Händler der Stadt. Ah. Ganz schön gerissen. Die Zollbehörde. Zum Bismarck gelangst du, wenn du den Weg hinter mir folgst. Okay. Dann wollen wir mal den Weg. Okay. Und Slachbono. Willkommen in Bismarck. Habt ihr eine Reservierung? Qualität für eine Abenteuerin? Wenn dem so ist, hätte ich eine dringende Bitte. Es hat sich ursprünglich eine große Gesellschaft angesagt. Aber wir haben nicht genug Vorräte, um alles zu bewirken. Willtet ihr frei lebende Schafe erlegen und vier Stück frisches Schafsfleisch einsammeln? Damit wir uns sehr geholfen. Wo man eine Schafselle findet, kann euch der Wachmann Eppelfahr sagen. Er ist in der Bolverkalle im Erdgeschoss unter der Hafenbar zur Ertränkensorge. Ja, gut, ne? Okay. Du. Also ich muss ja sagen, die Stadt finde ich ja schon ganz schön. Aber es ist immer noch nicht meine Lieblingsstelle. Das ist halt echt nicht... Ich bin halt eher so der Wald-Typ. Beziehungsweise eigentlich Wald und Berge. Oder... Okay, wir... Wir machen das Feld nochmal. Großer Feld, Wald und Berge. Das ist die beste Kombination überhaupt. Ein Liste mit Zollschüttlern? Postkampfmanager? Wurstfabrikanten? Scheuliche Kerle? Ich muss den eigenen Profit erpichten, ohne sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst zu sein. Ich werde der Zollbehörde mit Freuden bei der Verfolgung dieser Hallonken behilfet sein. Alles andere ginge gegen den strikten Prinzip des Bitsmarkts, ihr Wehr, jedesem Restaurant. Ich habe ja Verständnis dafür, dass der eine oder andere alles dafür tun würde, um eine unserer hoch dekorierten Speisen zu kosten. Was Steuer betrug? Sobald ich einen dieser Schurken erblicke, werde ich sofort zur Beherde in Kenntnis setzen. Das ist gut. So, ich werde einmal sortieren. Und hier ist der nächste Auftrag. Wir sind mit Herz und Seele bei der Arbeit und tun alles, damit unsere Gäste zufrieden sind. Wenn nicht jeder Kunde weiß, weiß das zu schätzen. Gerade neulich hatten wir wieder einen Fall von Zechelprellerei. Das Kürchen Roshumo hat ein Phantombild erstellt. Bitte lass es dir von ihr geben und bring es den Geldjaggen. Da ist es. Da racke man sich ab, um die letzten Zutaten zu finden und fallet tagelang an einem Rezept. Und was ist der Tank? Der Gast macht sich auf und davon, ohne zu bezahlen. Bitte bring sie das Phantombild zu Godebert von den Gelbjacken. Du findest ihn im Korallenturm. Und mich schlappen sie den Schurken. So. Wir sind hier nämlich ganz nah an der Marodeurkilde. Deswegen machen wir das einmal. Vor allem, es ist jetzt, glaube ich, der dritte Part und wir haben nur nicht einmal gekämpft. Fällt euch doch mal auf. Wir haben nur nicht einmal gekämpft. Mordin, Hallöchen. Du wirst doch antören, oder? Wirst du etwas für uns erledigen? Wenn alles gut läuft und unser Anführer Gefallen an deiner Arbeit findet, dürfte sich das für dich lohnen. Ist es kein geringerer als Kavalein, Anführer der bekümmerten Klappauter. In der größten Piratenverbände lebt Salomintas. Geh die Treppe hoch und dann findest du ihn auf der Treppe auf der Terrasse aus. Hi. Kavalein. Willkommen, geschätzte Abenteuerinnen. Ist es sicherlich, hier auf der Terrasse den ideale Ort, um mal ein Talon aufzufrischen? Kommen wir zur Sache. Vielleicht war es so schon, dass wir hier im Kraut und Ruben die feinsten Gewürze verkauften. Gerade heute Morgen erst haben wir wieder eine... ...wieder selbte Gewürze aus dem Osten hereinbekommen. Ganz legal, versteht sich. Unsere Erwerbsmethoden sind von höchster Stelle abgesegnet. Jetzt kommst du ins Spiel. Würdest du dieses Kraut- und Rubensäckchen ausliefern? Darin befinden sich Gewürze oben und eine kurze Erläuterung zu der Herkunft der Gewürze. Fangen sie zu Ginant im Korallentum und zu Lynxar, dem Chefkopf in Bismarck. Du bekommst auch eine Belohnung, aber pass auf, dass du keinste Säckchen verlierst. Korallentum ist hier. Und somit auch die Marodeurgilde. Man muss hier natürlich einmal harmonisieren. Wir sind die Gelbjacken, Wächter, Limse, Lominsas. Möchtest du etwas Verdächtiges melden oder dich über jemanden beschweren? Nicht so schüchtern, nur raus mit der Sprache. Wer war es? Die Würze von Kraut und Ruben, sagst du? Hm, das sieht mir sehr nach Schießpulver aus dem Kaiserreich aus. Dafür würde mir die ein oder andere Verwendung einfallen. Schießpulver ist kein Gewürz. Dazu zweifelt es ohne Recht, aber wir benennen alles, was über das Meer geliefert kommt, Gewürz. Hat der Seefahrerbrauch. Bei den bekümmerten Klabautern handelt es sich nicht um irgendwelche verbrecherischen Piraten. Die ganz offiziell im Gewürzhandel mit dem fernen Osten engagiert. Reinigt Schiffe unter Waffen, nennt man so etwas. Ihr hasst aber auch den nächsten Auftrag für mich. Vermisste Personen. Vielleicht hast du ja schon davon gehört, aber in Limsal und Minsal werden in letzter Zeit immer mehr Personen vermisst. Ich habe eine Liste mit vermissten Personen erstellt und möchte, dass du sie meiner Kollegin Nadine Lika übergibst, die in der Bollwerkhalle abwache steht. Also ihr seht schon, wir haben sehr viele Nebenquests. Du hast ein Phantombild von dem Zechpreller in Bismarck. Lass mal sehen. Hier. Nimm. Also Phantombilder sind ja wirklich wichtig, damit wir Gelbjacken unserer Arbeit verrechnen können. Wir wollen den Täter so schnell fassen wie möglich. Aber mit diesem Phantombild lässt sich nicht viel anfangen. Das kann ja jeder sein. Man erkennt nicht einmal, ob man sich um einen Ladafil oder einen Rogatlin handelt. Ja, vielleicht hilft es etwas, wenn wir Roshumo einmal direkt befragen. Bitte richte ihr aus, sich bei uns zu melden. Okay. So, und jetzt können wir gleichzeitig unsere Hauptsitzung machen. So, und das wird jetzt das sein, was ich nicht vorlese. Das ist dieses Herzlich Willkommen in der Gilde und wir wollen und das und das und das ist unsere Geschichte und so weiter und so fort. Ich werde es einfach nur auflassen. Ihr dürft es euch gerne selber durchlesen. Das wird das Einzige sein, was ich in diesem Projekt nicht vorlese. Erstens, ich habe es so oft gelesen schon. Ich kann es nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Und es ist fast immer das Gleiche. Es ist... Sie reden eigentlich immer nur über das Gleiche. Also wie gesagt, das ist nur das Einzige, was ich nicht vorlesen werde. Ansonsten alles. Wirklich alles. Aber ich glaube, das hier ist auch etwas, was niemand interessiert. Seit wie vielen Jahren sie da jetzt Handel betreiben und was so. Wenn doch, dann müsst ihr aber, ne, in jeden Part reingucken und sagen, hier, ne, Lies. Ne? Das war ja nur mal dazu gesagt. Wenn ihr wollt, dass ich das vorlese. Dieses hier. Bezüglich Eigentum und was weiß ich. Ja, jetzt kommt nämlich, hast du dich dazu entschieden. Und jetzt lese ich nämlich auch wieder vor. Aber wenn ihr dieses ganze vorgeplänkelt von... Sachen haben wollt. Der Verlaggegegegegenzücken, du... Dass er reinschaut. Nein, Quatsch. Um Gottes Willen. Nein, ich werde es dir nicht vorlesen. Ganz einfach. Ich werde Dinge nicht vorlesen. Es sei denn, ihr macht wirklich ganz, ganz lieb, bitte, bitte. Aber wahrscheinlich ja weh. Sehr gut. Das ist die richtige Einstellung. Zuerst musst du mit dem Gildenmeister höchstpersönlich sprechen. Er kann auf Neulige sehr bedrohlich wirken. Du siehst also so besser deine Frau... Du stehst also besser deine Frau und lässt ihn spüren, dass du wirklich bereit dafür bist. Er steht dort drüben, genau in der Mitte des Raums. Sein Name ist Grünzeln. Viel Glück. Ja, danke. Hallöchen. Ja, ich bin Wirtzeln, der Gildenmeister der Marodeure. Willkommen in unserer Gilder. Die Kunst der Marodeure liegt im Zerschmettern, Zerschneiden und Zerstören von allem, was im Weg ist. Es geht nicht um das einfache Besiegen des Gegners. Wir wollen ihn möglichst schnell und brutal überwältigen. Ein Marodeur muss die furchteinflößendste und beständigste Macht auf dem Schlachtfeld sein. Er muss die meisten Gegner besiegen. Unsere Rolle im Kampf ist sie eines Wirbelwindes, der nichts als Zerstörung hinterlässt. Höre mich, Anteurein. Zweifellos hat dir Blothota diese Frage bereits gestellt, aber ich muss mich deiner Hingabe nochmals vergewissern. Bist du bereit für das unfassbare Gemäze, das sich als Marodeur in unserer Gilde erwartet? Ja. Ervorragend. Denk immer an die Entschlossenheit zurück, mit der du diese Entscheidung getroffen hast. Denn der Weg des Marodeurs ist unvergleichlich hart. Das Blut, welches du nach einer Schlacht von deinem Körper wäschst, wird oft dein eigenes sein. Du bist nun Mitglied der Gilde der Moradure. Die Bedeutung zu der Tatsache wird dir schnell klar werden. Vielleicht sogar schneller als dir lieb ist. Denn deinen ersten Auftrag erhältst du hier und jetzt. Rotte im Umfeld von Limsalum in der herumströrenden Pest aus, die sich dort bereit gemacht hat und die Bevölkerung mit ihrer bloßen Anwesenheit belästigt. Ich spreche von nichts anderem als den grässlichen, scharfen Dockraten und Marienkäfern. Ich bin die mickrigen Gegner und ich will dich erst wiedersehen, wenn deine Axt jeweils drei von ihnen zum Opfer gefallen sind. Ach ja. So, jetzt dürfen wir einmal wieder zum Bismarck. Also, wie gesagt, ihr seht schon, wir haben hier einiges zu tun. Wobei das jetzt hier halt wirklich alles Sachen sind, die man nicht machen müsste. Wir könnten das auch einfach lassen. Außer, dass ihr es halt mit dem Dockraten. Ach, da ist sie. Ich vergesse es immer. Danke, dass du dir deine Gelbjacken in mein Phantombild gebracht hast. Damit sollte dieser Zechpreller so gut wie gefasst sein. Ich bin nämlich nicht nur eine begnadete Köchin, sondern auch eine talentierte Zeichnerin. Wie bitte? Ich soll die persönliche Aussage bei den Gelbjacken machen? Was gibt es denn da noch zu klären? Das Phantombild musst du doch alle Fragen geantwortet haben. Na gut, wenn es die Verfolgung des Täters ähnlich ist. Naja, will man merken. So gut war das Zeichel da wohl doch nicht. Hallöchen. Du bist für das Kraut und Rüben unterwegs? Du hast neue Gewürzproben mitgebracht? Dann zeig mal her. Hm, das ist aber ein interessantes Duftrote. Verführerisch, düst, mit einem hauch herben Aromas. Ha, in der Erläuterung steht, dass das Gewürz ein Wurzelgemüse aus der O-Tart-Ebene ist. Da mache ich mich mal gleich daran, ein neues Rezept zu erfinden. Kavlen ist in der Tat ein geschickter Händler. Man sagt, dass sie die östlichen Gebiete von Galäisch und Kaiserreich versetzen wurden. Es kann nicht leicht sein, an Waren aus dieser Region zu kommen. Bestimmt hat er seine eigenen Mittel und Wege. Jetzt wieder zurück. Aber so können wir jetzt halt ein paar Aufträge erfüllen. Ein bisschen Erfahrung sammeln. Was ich halt auch geil finde, ist, dass man hier halt richtig schön die Ebene sehen kann, wo wir halt auch gleich lang gehen. Und da gehen wir gleich lang. Das wird toll. Du bist hier wieder. Dank deiner Hilfe kommen die neuen Gewürze gut an. Viele sehen uns noch als barbarische Biatenbeine, die rücksichtslos blündernd über die Meere streift. Besonders, dass Miral Mervip uns Kaperbriefe ausstellt, ist unsere Arbeit ganz legal. Händler unter Waffen nennt man uns. Unsere Handelspartner sind die Schiffe des Galäischen Kaiserreichs. Nur die bringen wir auf, um ganz zum Wohlen. So macht man heutzutage Geschäfte. Wir kümmerten Klabautag gehen eben mit der Zeit. So macht man am Anfang halt auch mega gute Erfahrungen, ne? Da nur mal so dahergesagt. So, da können wir jetzt gleich einmal die Hauptfass abgeben. Den Lehrmeister wollte ich ja nochmal, ne? Nein, ich werde eben die Katze wieder vergessen. Oh, Leute. Ah, Ash, da bist du ja wieder. Na, wie war der Rundgang? Hast du schon erste Kontakte geknüpft? Die Orte, die du heute aufgesucht hast, werden sicher schon bald so etwas wie eine zweite Heimat für dich werden. Als Abenteuerin kommt man um die Iteriten und den Markt einfach nicht herum. Als Schwingerin einer Axt um die Gilde der Marodiere erst recht nicht. Ich hoffe allerdings sehr, dass du dich zwischendurch auch mal hier in der ertränkten Sorge blicken lässt. Habt ihr schon richtig ins Herz geschossen in der kurzen Zeit? Da wäre ich schon traurig, wenn ich nicht auch in Zukunft mal... Wenn du dich auch in Zukunft mal vorweist. Imter Luminzer kann sich glücklich schätzen, eine aufrechte Abenteuerin und wie dich hier hinzugewohnt zu haben. Ich wünsche dir erstmal ruhiges Fahrwasser und stets frischen Wind in deinen Sägen, meine Liebe. Also dann, man sieht sich. Ich bin ein Level-Up-Sound. Ah! Ja gut, hier kommen wir jetzt erstmal noch nicht weiter. Äh... Mein Chef Barron ist ein richtiges Arbeitstier. Er opfert sich vollständig für das Wohl der Hafenbarn und seine Mitstreiter. Zum Dank möchte ich ihm etwas ganz Besonderes bereiten. Manchmal besonders, wenn er so tief ins Glas geguckt hat, erzählt er Geschichten aus seiner Zeit Erzählten. Das Leben war hart und voller Entbehrung. Es gab so wenig zu essen, dass er oft nichts als Qualen zu essen hatte. Von deren Geschmack erzählt er mir mit einer melancholischen Stimme. Er meint sogar, dass er ihren Geschmack sein Leben lang nicht vergessen würde. Sie müssen eine besondere Bedeutung für ihn haben. Wolltest du vier Stückchen Qualle besorgen und zu Baderung bringen, bin mir sicher, dass er sich freuen würde, nach so langer Zeit noch einmal diesen unvergesslichen Geschmack zu erleben. Für den Zweck erlegst du am besten ein paar Aurelias. Oder Aurelias, findest du kein Nächster in der Achterburg sagen? Gut, dass wir eh den Richtluch Achterburg wollten. Denn bevor wir aus Land quasi rausgehen, wollte ich nämlich erstmal noch was machen. Das war etwas ganz, ganz Wichtiges. So, hatte ich das jetzt? Warte mal. Ah, okay. Weil ich weggegangen bin. Jetzt. Das hier würde ich auch noch unbedingt machen, aber dafür müssen wir es nur für 30 sein. Weil dann kriegen wir nämlich ein neues Mount. Das würde ich gerne haben für den Schaf. Oh, Kalkaia. Hallöchen. Wohin des Weges? Wenn du zur ewigen Jungfer willst, dann kehre lieber um. Die gehört zum Revier der leichtblütigen Sirenen. Einen der drei großen Piratenverbände in dem Salon ist das. Und unsere Anführer, Roswin, ist so über übler Laune, dass sich sogar die Tauben davor fürchten, sich auf das Dach der ewigen Jungfer zu setzen. Warte mal. Du könntest ihre Laune vielleicht bessern. Gero kenne die Ewigen Jungfer. Aber zeigt, wo du zuerst deinen Respekt, indem du dich niederknitzt. Das kann ich nicht zu deiner Gesundheit garantieren. Okay. Emotes. Wenn Worte nicht ausreichen, kannst du mit deinen Gefühlen gegenüber einer Person oder in einer bestimmten Situation mit Emotes ausdrucken. Wähle zunächst, sofern nötig, ein Ziel aus. Dann Emotes in der Sektion Soziales im Hauptmenü. Wähle eine der gewünschten Emotes aus der Liste aus. In diesem Fall musst du zunächst, Roswin, ein Ziel markieren und dann Knien auswählen, um das Auftrag sie abzuschließen. Du kannst Emotes auch zu deinen Kommando-Menüs hinzufügen, indem du sie einfach aus den Emote-Menüs dort hineinziehst. Zusätzlich zu Emotes kannst du auch Gegenstände oder Benutzer-Makros in den Kommando-Menüs unterbringen. Okay. Äh, Soziales Emotes. Dann knien wir mal. Du hast ja tatsächlich einen Funkenanstand in dir. Bist du hier, bist du hier, um dich in den Dienst der leichtblütigen Direktur zu stellen? Ich sag dir, das ist nicht zum Zeitbeseitig, äh, nicht zur Zeitbeseitigte. Wir öfter schnappen uns unsere Rivalen, die bekümmerten Klebauter, unsere Beuteschiffe weg. Ach, wenn ich nur daran denke, komme ich schon wieder total, komme ich schon wieder total mies drauf. Wir sind verloren und vernichtet. Alles ist aus. Verstehst du denn überhaupt, wie ich mich fühle? Ähm, alles ist aus. Ähm. Das wäre mir jetzt tatsächlich gerade neu. Ähm, okay, ja gut. Guck mal. Das, das ist doch vernichtend. Ach, okay. Dann bin ich da drüber weggeleidet. Ja, ja, lass nur. Lass nur, so richtig kannst du es ja doch nicht nachempfinden. Es ist so. Und wieder auf ein kleines Niveau zurückzuschrauben. Vielleicht sind die neuen Anforderungen einfach eine Nummer zu groß für uns. Aber vielleicht brauche ich auch nur eine Aufmunterung. Okay. Mach ich jetzt einfach mal. Ähm, okay. Ähm, okay. Du tust das natürlich nur, weil du dich bei mir beliebt machen willst. Aber trotzdem, danke für die Ermunterung. Du hast recht, wir dürfen die Köpfe nichts erhängen lassen. Lol, so Katze. Hm, hm. Wir müssen mit unseren Schiffen ja nicht direkt bis ins Badezimmer, in das Badezimmer des Kaderreichs segeln. Es reicht, wenn wir seine Versorgungsschiffe abfangen, die Eoseos Küsten entlangfahren. So machen wir es. Haha. Da, äh, da wärst du also doch, da warst du also doch zu etwas Nütze. Trotzdem bist du entlassen. Lass dir draußen von ein kleines, äh, Kalkaria ein kleines Andecken geben. Nett. Naja, okay. Du hast es tatsächlich geschafft, unsere Anführerin auf andere Gedanken zu bringen? Großartig. Ich dachte, sie hätte nur einen schlechten Tag, aber sie war in Sorge um unsere Zukunft als Piratenverband. Wir müssen uns alle kräftigen Zeug legen. Auch für unsere Anführerin. Die Kaperbriefe stellen uns vor einer neuen Herausforderung, aber ich halte sie für einen Wegen, dass wir uns gut tun. Diese Halung des Kaderreichs zum Musso knüppeln. Sollen sie nur knurren kommen, okay. Errungenschaften. Glückwunsch, brauchst du eben deine erste Errungenschaft erhalten. Errungenschaften erhältst du, wenn du bestimmte Meilensteine auf deinen Armthönen in Eosea füllst. Es gibt Errungenschaften für alle möglichen Dinge. Vom Reichen bestimmter Stufen über das Entdecken neuer Orte bis hin zum Besiegen von Feinden und dem Anhäufen von Gild. Zudem erhältst du Belohnung beim Erscheiden bestimmter Errungenschaften. Einige davon sind seltene Waffen und Rüstungen. Andere sind Titel, die dem Anzeigenamen hinzugefügt werden können. Gut. Und ich würde sagen, ich beende hier den Part. Und wir sehen uns da quasi hier beim... Warum funktioniert das ja nicht? Jetzt sehen wir uns dann hier quasi beim nächsten Mal wieder. Und ja. Bis dahin. Ciao. Und viel Spaß mit den Videos. Tschüss. Juu-Pie. 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 SIE-PIE. Juu-Pie. Juu-Pie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020